So, da sind wir bei The Walking Dead, weiter geht's, immer noch auf dem Zug und wir sollten wirklich mit Clementine mal sprechen, dass wir vielleicht die Haare schneiden, ihr mal beibringen, wie man eine Waffe benutzt und ich werde mal ganz kurz mit Ben reden, was er hier zu sagen hat. Ah, schauen wir mal. Absolut gar nicht. Ja, wir sind immer noch ein bisschen angepisst, dass Carly gestorben ist, natürlich verständlicherweise. Achso, ja, der von Duck, so eine Whiskyflasche, ist der Helle. Vielleicht sollte ich dir mal Kenny geben, wie wär's damit? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich mag Whisky zwar absolut gar nicht, aber hey, wenn's Chuck gehört, dann wird er Whisky mögen, offensichtlich. Und ich glaub, Kenny könnte jetzt auch einen ganz kleinen Schluck, oder einen sehr großen Schluck, je nachdem. Holt einen Trichter, wir flößen ihm alle sein, was wir haben. Oh, da sieht auch blass aus, der Kollege. Ich geh mal ganz kurz nochmal vor. Nicht, dass er jetzt einfach seine Flasche weggebt, vielleicht kann ich ja irgendwas zu der Flasche sagen, wenn ich mit ihm spreche. Naja, es stand ganz offensichtlich auf diesem Karton rum, äh, nein, gerade nicht, dankeschön. Danke, ich hab grad wichtigeres zu tun, als mich zu besaufen, auf der Vorderseite des verdammten Zuges. Naja, ich glaub, ich kenn da schon einen, den ich zu dir rausschicken könnte. Oh, was ist denn wegen meiner Vergangenheit? Gute, gute Einstellung. Na, geh mal davor und trinke einen mit ihm. Wäre, glaub ich, das allerbeste, wenn du dich ein bisschen ablenkst, vor allem kommen wir dann an die Karte heran. Haha, man gebe mir diese Karte. Wunderschön. Chuck hat nämlich auch gesagt, wir sollen uns ne... Oh, das ging schnell. Gut, okay, ja, das ist bescheuert, wir brauchen einen Führer, das ist völlig richtig, also komplett ohne, dass irgendjemand den Zug fährt. Sollten wir vielleicht nicht einfach mal... What? Huh? Ich war derjenige, der den Bandit-Supple. Motherfucker. What? Wusste ich's doch. It's all my fault. I could kill you. I... I... Nobody could see us. I could toss you over right now and be done with it. No, I... Lee, please. Why shouldn't I? They said they had my friend. I didn't know what to do. Lee, please. Please. Ich werde dich da nicht runterwerfen, Alter, aber komm schon. Ich hatte jemanden. Ich wüsste, du hast es. Holy fuck, Ben, echt jetzt? Du weißt schon, was das heißt. Du hast... Lee... Lee's, ja, meine Familie ist sowieso tot, aber Kenny's verdammte komplette Familie auf dem Gewissen. Carly ist draufgegangen wegen dir. Lilly wird gerade von irgendeinem Walker wahrscheinlich vergenusswurzelt und... Oh, Jesus Christ. Bullshit, Ben. Verdammter Bullshit. Reden wir mit Clementine. Was ist denn da drinne? Oh ja, stimmt. Die sollten wir mitnehmen. Hat er gesagt, die können wir uns nehmen, um mir die Haver zu schneiden. Schauen wir mal, was die Kleine zu sagen hat. Willst du ihm reden? Ich habe es. Er hat sich... Er hat sich selbst erklärt und hat einige gute Punkte gemacht. Schau, wir werden dir nicht alles, was schlecht passiert ist, aber es gibt einige Prekausse, die wir müssen nehmen. Okay, ja, das macht Sinn. Keine Angst, mein Lieber. Okay, was sollen wir tun? Okay, ja, dann wollen wir... Zuerst mal, ja, dir beibringen, dich selbst zu schützen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Wenn wir die Zeit im Zug hier nutzen, dann arg viel mehr als rumsitzen, können wir eh nicht. Wie schlafen oder schlafen? Ich habe es geschafft. Ich meine mit einer dieser. Erstens, nicht Angst, es ist nur ein Ding. Geh es. Aber weißt, wo du dein Fingern all die Zeit bist. Und nicht auf die Trigger, wenn du jemanden schlafen willst. Okay, okay. Siehst du, es ist nicht schreckend. Es ist schwer. Du wirst stärker. Du wirst stärker. Du wirst schlafen, wirst du direkt nach der Oberfläche, durch die Trigger. Lass dich die Zeit am Ende mit deinem Begriff. Ist da noch etwas anderes, was ich weiß? Wenn du bereit bist, wirst du nicht zu schlafen, wirst du nicht zu schlafen. Und dann schlafen, wenn du den Trigger hast. Kommt drauf an, wie du schwimmst. Wenn du so schwimmst, vielleicht, ja. Vielleicht wie beim Schwimmen. Okay, dann wollen wir mal. Ja, musst du. Also, äh, ein bisschen nach links rum. Okay, ich komme ein bisschen mehr nach der Oberfläche. Stattig, jetzt. Müsste dann passen, oder? Ja! Sehr schön. Sehr, sehr gut gemacht, okay. Zweiter Schuss, erster Treffer. Gar nicht so schlecht, dafür, dass du noch nie eine Waffe in der Hand hattest. Und die Waffe ist schwer besser als dein Kopf. Das war ein bisschen zu tief. Äh, nach oben vielleicht? Klapp. Jetzt behalte es ständig. Bisschen höher, ja, genau. Bisschen höher. Jawoll. Hier geht's. Nice. Machen wir noch einen? Machen wir noch einen. Kein Problem. Wir haben genug leere Flaschen. Chuck hat sehr lange hier drin gewohnt, wie es aussieht. Okay. Yeah, sehr gut. Ich habe es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Good job. Ich hatte meine Brille, und die Schuss hat nicht so viel schlafen. Ich habe es geschafft. Siehst du, du hast es gut gemacht. Sie sind nicht Walkers, doch. Nein, weit weg. Aber du wirst jetzt wissen, wie diese Dinge funktionieren. Ich werde dich mit Walkers zu einem Tag gewöhnen. Okay, ich fühle mich gut. Nicht so schrecklich, oder? Nuh-uh. Das ist wirklich nur ein Gegenstand, wie er sagt. Man kann ihn nur, wie alles, wenn man nur will, zu sehr, sehr viel Schlechte benutzen. Ich glaube, wir machen das mal mit deinen Haaren jetzt als allernächstes, ja? Haben wir das rum, und dann können wir uns in Ruhe der Karte widmen. Hi. Also, du wirst wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Oh nein. Was hat sich passiert? Nichts. Wir müssen uns über deine Haare sprechen sprechen. Es ist nicht sicher. Das ist nicht schön. Was? Du sagst, es riecht? Nein. Weil es riecht. Kindlich. Du erinnerst, wenn Andy St. John es an, und ich bin verrückt? Ja. Das könnte passieren wieder. Und wenn es ein Walker ist, dann muss ich es schrauben. Es ist nur ein Schrauben, oder? Ich muss es schrauben, damit es nicht zu holen kann. Okay. Was gab es dafür? Ich bin der beste Friseur aller Zeiten. Ich glaube nicht. Nicht schrauben. Das ist ein gutes Ding. Sag mal so, ich kann eine Schere halten. Kriegen wir schon irgendwie hinten. Verkackst nicht lieb. Du. Wissen Sie, wie man das tun kann? Duh. Wie hart kann es sein? Ich werde so wie ein Junge. Aber ein süßer Junge. Okay. So, du hast jemanden vorhin gekämpft. Ja. Ich bin glücklich, dass du mir endlich gesagt hast. Ich auch. Du hast jetzt viele Dinge gekämpft. Es ist nicht mehr wichtig. Ja, geht doch. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ja. Ich bin auch. Ich bin auch. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Aber du machst es jetzt, um dich selbst zu schützen. Und um mich zu schützen. Das macht es nicht gut. Aber du musst es. Ich mache es, weil es notwendig ist. Walkers sind Menschen. Okay. Ich denke, ich bin übernommen. Ich kann wahrscheinlich diese Pfeife zurück mit etwas. Hier. Ich habe ein paar Haare-Thinge. Du hast? Ja. Lilly gab sie mir für mich. Ich habe es ein paar Mal. Ja. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Nein. Du siehst so lustig. Und viel schwerer zu holen. Halb so wild, die wachsen nach. Deinen Kopf nicht, wenn ihn dir jemand abreißt. Hey, Clint. Hi. Ich will über Savannah sprechen. Ich auch. Und was wir machen, wenn wir da kommen? Wir wissen nicht, was zu erwarten. Die Stadt könnte schlecht sein oder völlig unter Kontrolle. So, die Sache ist, wir sind ein Team, weißt du? Und ein Team braucht ein Plan. Aside von allen anderen, wenn dieses Train stopt, wir und ich sollten genau wissen, was wir machen. Ein Plan. Ich mag es. Ha, gut. Wir brauchen Hilfe zu finden ein Boot. Das ist unser bestes Bett in Sicherheit. Okay, aber wir sind in Savannah. Und meine Eltern waren in Savannah. Ich weiß. Schau. Nein. Ich weiss nicht über die Sicherheit. Ich weiss über sie finden. Okay, dann, äh, dann danach. Okay, wir suchen sie. Wirklich? Ja, natürlich. Ich bin sorry. Lass uns auf die Karte schauen. Wenn wir wissen, wo sie waren, können wir da beginnen. Okay, lass uns. Wir kommen direkt durch die Stadt, wenn es nichts auf den Straßen gibt, um uns zu halten. Wir wollen hier ein Boot suchen. Hier. Ich denke. Und von dort, wir haben alle die Savannahen nach dem Südwesten von uns. Wir haben eine gute Karte von Savannahen hier. Was denkst du? Sie bleiben immer im gleichen Ort, wenn sie da gehen. Es ist, äh... Ja. Hey, weiss nicht. Wir haben es herausgefunden. Wir haben es herausgefunden. Hast du schon mal gesehen? Mal gesehen. Na ja. Na ja. Na ja. Es gibt viele Hotels hier. Aber liege diese Karte. Vielleicht wird sie deine Erinnerung. Sie haben wirklich leckeres Desserts. Es heißt, ähm... 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 Was... Ähm... 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 Ja... Hv rein. Ähm... Wobei... Whatever. Mach. Okay. Wie fühlst du dich? Good. Better. I'm glad we have a plan. And you're a good little shit. Thanks. I guess we should see how far... Oh shit! Hold on everybody! What? Was zur Hölle geht da vorne vor sich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gut, dass wir nicht dagegen gefahren sind. Fucking Tanklaster! Fuck, 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 fuck! Na wunderbar! Das ist fucking stupid Ben. Ich bin nur dran. Ich weiß nicht. Ich habe nicht viel Erfahrung mit euch allen. 42. Aber wir können wahrscheinlich mit dem dealen. Wir haben einen verdammten Train. Das Ding ist nicht voll von Milch, Charles. Das ist Gas. Oder Diesel. Etwas, das wird explodieren. Du musst dich aufhören. Das ist eine Crew hier. Das ist nicht Scheiße. Das? Yo! Du schreitst so wie das, und du wirst deine Gesichter schrauben. Was zur Hölle seid ihr denn? Das werden die Probleme sein? Weil wir könnten einfach gehen. Nein! Wir sind freundlich! Lass deine Hand runter, kid. Das ist was jeder sagt. Wir wissen. Lass uns diesen Leuten einen Pause geben. Wir sehen. Ihr habt euch ein Problem mit eurem Trainern? Ja. Ihr standen gerade in fronte uns. Mann! Es ist ein Wreck! Es ist nicht so schlecht von hier. Schreib deinen Freund ab, um zu sehen. Guter Plan. Okay, dann schauen wir uns die Typen doch mal genauer an. Sind die zu zweit? Das ist die Frage. Nicht der hier ist da hochklettert, sondern irgendwie zehn weitere Typen. Komm da hoch! Ihr dürfte nicht Mörderer oder Thieber sein! Ich denke, du musst es finden. Hä? Wäre da stehen zehn vermummte Typen mit AKs rum. Oh, die Leute, das ist was wir brauchen. Sie sind was du denkst, was wir brauchen. Wir sind gut. Für jetzt. Was ist denn, wenn... Stopp! Hey, Lee. Ich bin Omid. Lee. Krista. Was ist das Problem mit dem Train? Wir fahren. Oh, Mann. Hey, ich bin wie ein Bullshit hier. Unsere Gruppe ist jetzt ein bisschen verraten. Wir hatten eine Beutung. Dann hat ihre Mutter eine Leben und... bevor das einfach... Es ist okay. Oh, Scheiße! Verdammt, ihr habt ein Kind! Was machst du hier? Was machst du hier? Wann wissen Sie, wie lange ich einen Kind gesehen habe? Scheiße! Was ist dein Name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh, this is great! See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Hm. What's your story? I came across Clementine alone. First day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there? They're cool? Kenny lost his wife and kid. Man. How long ago? What time is it? I don't know. Four? Maybe two hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. A train is awesome though. A tank is your real problem. We'll help you with it. If we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess. If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Okay. Oh, und dann gehen wir alleine weiter. Okay. Ihr steht auf der Brücke. Wir haben den verdammten Zug. Geht doch alleine weiter. Was zur Hölle. Ah, schauen wir mal. Aber wie gesagt, Hilfe könnten wir auf jeden Fall schon mal gebrauchen. Was haben wir denn hier? Einen Generator. It's empty. Ja, wunderbar. Das ist ein sehr hilfreicher Generator. Kann sein, lass uns trotzdem mal reinschauen. Ist da irgendwas drin, was wir gebrauchen können? Pylonen und Stoppschilder. Halleluja. Oh, hier das Tape. Das Tape. Lee, schau dir das Tape an. Ich wusste es. Wir könnten unseren Zug mit Stoppschildern und Pylonen dekorieren. Wir könnten dem Herrn mal machen. Oh, da geht's noch weiter. Empty. That's what I figured. Schade. Keine Hunde mehr. Na gut. This thing is mangled to hell. No release in it. No nothing. There's no way I'm pulling anything apart down there. Na, bloß den Händen nicht, außer du bist Hulk. Und das hoffe ich einfach mal nicht, weil sonst zerreißt du sein Shirt. Und dann? Ja, dann stehst du oben ohne da. Lass mal runtergehen zu den anderen erstmal. Mal zu überlegen, wie wir das machen. Mal zu überlegen. Mal zu überlegen. Okay. Dann würde ich mal sagen, lass es uns tun. Mal zu überlegen. 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 Ich sagte, keine Übung zu überlegen, Jackass. Wie haben ihr zwei den damit weit hergeguckt? Sie seien gefährlich normal. Krista lässt uns nicht zusammen, und ich bin ein Blaster. Okay. Ich habe unsere Gefühle, die du uns aufzuholen. Bitte. Ich habe sie hunderten, zenten, manchmal... Lernen die Rappen? Das ist nicht zu hart, oder? Es gibt viele Lappen, die ich nicht erwartet habe. Ich habe gesagt, wenn etwas mit mir passiert wäre... Vielleicht können wir in Schiffen fahren. Wir sehen uns. Wie lange seit ihr nach Hause seid? Sechs Monate. Wir waren auf dem Weg und dann... Weißt du... Das ist schwer. Unsere Katze wird schmerzen. Ich spreche mit dir später. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.